Hallo Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal, hoffentlich für die Leute, die mich nicht kennen. Ich bin Becky, ich bin hier an der Uni Heidelberg und studiere im Master Molekulare Biotechnologie und erzähle auf meinem Kanal immer wieder Sachen über das Studieren, über Organisieren und solche Dinge. Letzte Woche habe ich ein Video darüber gemacht, wie man ganz grob mit Geld im Studium umgehen kann bzw. wie man sich mal ein Budget ausrechnet und wie wichtig das auch ist. Und diese Woche wollte ich mit einem Video kommen, das über Spartipps geht, also wie man am besten Geld spart im Studium und kleine Tipps, die ich auch persönlich realistisch finde. Es gibt ganz viele Sachen, die man online dazu findet, was man alles machen kann, um Geld zu sparen und ich finde, diese Sachen sind die, die sich über die Jahre einfach bewährt haben bei mir und die man auch gut umsetzen kann, ohne wirklich große Einschränkungen in seinem Leben zu haben. Zuallererst würde ich euch empfehlen, sehr viel zu Hause zu machen. Das klingt ganz simpel, aber man kann auch zu Hause wahnsinnig viel Spaß haben. Man kann bestimmte Kochabenteuer machen, man kann mal richtig funky Rezepte ausdrucken über alle möglichen Kulturen hinweg und das alles mal ausprobieren und Freunde einfach zu sich einladen. Und ich finde vor allem Spieleabende zum Beispiel auch richtig witzig, um zusammenzukommen, wenn man zum Beispiel eine Activity-Runde macht oder einfach generell Charades spielt und Leute die Sachen erraten sollen. Also solche Spieleabende machen auch unheimlich Spaß, vor allem wenn ein bisschen Weinschorle in der Sache involviert ist. Wenn man unbedingt Lust hat, auch was draußen zu machen, was ich sehr gut verstehen kann, vor allem jetzt gerade im Sommer, wobei heute ein bisschen regnet, aber sonst ja sehr viel Sonnenschein ist, finde ich, sollte man Parks und öffentliche Orte gut ausnutzen. In Heidelberg speziell kann man zum Beispiel in den Schlosspark gehen oder man kann auf die Neckarwiese gehen. Es gibt einfach ganz viele öffentliche Orte, zu denen man hingehen kann, wo man selbst sein Essen mitbringen kann, wo man ein Picknick machen kann, wo man vielleicht mit Boomerang spielt oder irgendwie Fußball doch auf der Neckarwiese spielt oder sonstige Dinge. Also man kann sich auch draußen sehr gut, ohne Eintritt zu zahlen, aufzuhalten und vor allem aufzuhalten, ohne irgendwo doch was kaufen zu müssen, wenn man einfach seine eigenen Sachen mitbringt und so ein kleines Event aus den Dingen macht. Der nächste Tipp hat mir in meinem Studium sehr oft geholfen und zwar habe ich immer eine Things-I-Want-Liste. Das bedeutet, wenn ich spontan den Drang habe, irgendwas zu besorgen, möchte ich die Sachen meistens nicht direkt besorgen, weil ich erst evaluieren möchte, brauche ich das wirklich oder habe ich nur das Gefühl, dass ich es gerade brauche. Und dann habe ich eine Liste in meinem Kalender, die heißt Things-I-Want. Da trage ich das dann einfach ein, was auch immer es sein mag, damit es auch erstmal meinen Kopf ein bisschen verlässt. Und dann versuche ich so eine Woche mal drüber nachzudenken und mal zu schauen, ob ich eine Woche später immer noch der Meinung bin, dass ich dieses Ding brauche oder haben möchte. Wenn nicht, dann streiche ich es einfach weg. Wenn ja, fange ich an, damit Preise zu vergleichen, ob es vielleicht irgendwelche Sachen gibt, die preiswerter sind oder ob es sich lohnt, da einfach mehr zu investieren, je nachdem, was für eine Sache das ist. Und bevor ich es dann tatsächlich kaufe, schlafe ich dann immer noch mal eine Nacht drüber. Das heißt, das ist für mich so meine Methode, eben nicht impulsiv Dinge zu kaufen, sondern wirklich überlegt Dinge zu holen, die man dann auch wirklich braucht oder die man dann einfach so sehr liebt und so sehr möchte, dass man sie auch über einen längeren Zeitraum hinweg über sie nachdenkt. Vor allem für Studenten ist der nächste Tipp gut, eben die Sachen an der Uni auszunutzen. Also die Uni hat meistens wahnsinnig viele Angebote, zum Beispiel Mensa, die ganzen Cafés, die Unisport-Sachen, die alle kostenfrei sind oder fast kostenfrei, also sehr, sehr günstig sind. An der Uni Heidelberg zum Beispiel gibt es ein riesiges Unisport-Angebot, das sich wahnsinnig lohnt. Und selbst die Sachen, die Geld kosten, sind im Vergleich zu einem Fitnessstudio oder so deutlich billiger. Und auch in der Uni kann man ganz viele verschiedene Kurse belegen, also man kann Rhetorik-Kurse machen oder Organisationskurse oder Zeitmanagement-Kurse, die man bestimmt irgendwo online auf Skillshare auch finden würde. Aber man kann sich eben mal umschauen, was es an der Uni gibt und was sie alles kostenfrei für Studierende anbieten. Wenn ihr gerne so Konten haben möchtet, wie zum Beispiel Netflix oder Amazon Prime oder solche Dinge, könnt ihr euch ja auch überlegen, ob ihr das mit Freunden zusammen teilt. Vor allem Netflix-Accounts kann man, es gibt ja welche, wo nur zwei Leute schauen dürfen oder wo drei oder vier, fünf. Und man kann sich dann mal überlegen, ob man sich als Gruppe dann zusammentut und diese Accounts einfach teilt und gemeinsam bezahlt und dann einfach gemeinsam einen Account benutzt. Das ist wahrscheinlich deutlich billiger, als zu sagen, okay, wir machen dann, also ich habe mein eigenes Account und irgendjemand guckt da mit. Da kann man wahrscheinlich einiges am Preis machen. Als nächstes kann ich euch empfehlen, Studentenangebote zu finden. Vor allem, wenn ihr an einer recht großen Uni seid, wird die Stadt, in der ihr seid, sich darauf einstellen, dass viele Studis da sind. Das heißt, es gibt meistens Studentenkarten, Studentenrabatte oder auch bei Kinos. Gibt es oft einen Kinotag, der besonders für Studenten günstiger ist. Also bei uns ist es, glaube ich, oder in Mannheim ist es Mittwoch. Und dann ist es als Student super günstig, ins Kino zu gehen. So was lohnt sich auf jeden Fall, einfach mal lokal zu schauen, was es so für Angebote gibt und was ihr auch alles mit Studierendenausweis machen dürft. In Heimberg zum Beispiel kann man jeden Tag nach 19 Uhr und am Wochenende kostenlos Bahn fahren, selbst wenn man kein Semesterticket gekauft hat, was ziemlich cool ist. Und da ist sogar die Bergbahn dabei. Das heißt, am Wochenende könnte man mit hoch zum Schloss fahren oder ganz hoch auf den Königsstuhl, wenn man Zeit und Lust hat oder einen Ausflug dahin machen möchte. Also es lohnt sich immer mal zu gucken, was man so als Student alles billiger machen kann und worauf man Rabatte kriegt. Als nächstes ganz wichtig für, wenn man wegzieht oder wenn man neue Sachen anschafft, also vor allem jetzt beim Umzug, ist, dass man eben einfach gebrauchte Sachen viel benutzt. Also inzwischen finde ich die Kanäle, gebrauchte Sachen zu finden, auch einfach super gut. Und vor allem, wenn ihr in der Studentenstadt seid, wird es sehr viel abzugeben. Vor allem Facebook hat ja eben dieses neue Marketplace, aber es gibt generell immer irgendwelche Facebook-Gruppen, wo Sachen getauscht werden, verkauft werden. Es gibt auch ganz oft Food-Verteiler, das gibt es bei uns auch, dass Leute, die einfach super viel Essen übrig haben, aus irgendwelchen Gründen, das zu einem Ort bringen und man dort dann das Essen abholen kann und dann wieder zu Hause verwerten kann. Also es gibt unheimlich tolle Sell-Your-Stuff, Free-Your-Stuff, Teilen und so weiter, Flohmarktgruppen. Es gibt auch bestimmt ganz viele Flohmärkte in der Stadt, aber gleichzeitig könnt ihr auch auf so Seiten schauen, wie eBay Kleinanzeigen zum Beispiel. Was eine Zeit lang sehr beliebt war, Kleiderkreisel oder vor allem für Bücher, ehemals auch für DVDs, aber DVDs sind jetzt langsam nicht mehr so wahnsinnig in. Re-Buy. Re-Buy ist vor allem für Bücher super und auch wenn ihr Lehrbücher sucht, die immer ein bisschen billiger, die zu besorgen, könnt ihr bei Re-Buy euch mal umschauen, da kann man auch die ISBN direkt eintippen und dann steht auch direkt da, meistens haben sie immer sehr kleinen Bestand von den Dingen, aber dafür bekommt man sie wirklich einfach hinterhergeworfen. Also Re-Buy, ganz, ganz groß, vor allem für Bücher, wenn ihr Bücher so gerne mögt, wie ich. Es ist einheimlich wichtig, sich auch gut um seine Dinge zu kümmern, das heißt gut um seine Sachen, die man tatsächlich schon besitzt, vor allem die teuren Sachen. Es ist ein ganz einfaches Prinzip, wenn ihr euch sehr gut um eure Sachen kümmert, werdet ihr sie nicht so oft wiederverwenden müssen. Und ja, es ist ein ganz einfaches Prinzip, aber irgendwie machen wir es doch alle nicht so sehr oder viele machen Leute, machen es nicht so sehr. Der nächste Punkt fällt wahrscheinlich ähnlich unter die Punkte, die ich ja vorher schon erwähnt habe, aber einfach ein bisschen kreativ werden. Man kann auch ohne Geld auszugeben coole, witzige Sachen machen, die vielleicht ein bisschen unkonventioneller sind, also irgendwelche Radtouren vielleicht machen in die Umgebungsstädte. Ihr könnt mal gucken, womit ihr mit eurem Semesterticket überall hinkommt und mal in eine andere Stadt fahren. Ihr könnt Inliner fahren gehen oder so, das habe ich auch irgendwann mal im zweiten, dritten Semester ein paar Mal mit Freunden gemacht und es war super witzig, also es war einfach mal was ganz anderes. Man kann auch mal versuchen, in seiner eigenen Stadt ein bisschen tourig zu sein, also zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt alle Museen an, ich gucke mir jetzt alle super Attraktivitäten an. Also seid ein bisschen kreativ, denkt euch ein paar Sachen aus. Es gibt immer coole Sachen, die ihr auch für wenig Geld machen könnt. Man muss sich einfach ein bisschen mehr darüber nachdenken und sich ein paar mehr Gedanken machen, wie das denn wirklich so läuft. Aber vor allem, wenn man gut planen kann, kann man echt viele Sachen machen, die einfach super viel Spaß machen und nicht so teuer sind. Als nächstes, ich bin ein Typ, der super gerne ausmistet. Also ich glaube, ich misse alles halbe Jahr aus und gucke wirklich durch, was sind die Sachen, die ich noch brauche, welche Sachen habe ich nicht mehr angehabt, was habe ich nicht mehr benutzt, benutze ich das in Zukunft nochmal, um wirklich regelmäßig zu schauen, okay, die Sachen finde ich blöd oder die möchte ich nicht mehr haben. Und Sachen, die es vielleicht noch wert sind und die man nicht so sehr liebt, kann man auch super einfach verkaufen. Wie ich eben auch erwähnt habe, kann man gebraucht super viel finden. Genau so könnt ihr gebrauchte Sachen einfach verkaufen. Und selbst wenn ihr denkt, ich glaube, keiner zahlt mehr dafür Geld, dann, ich meine, selbst wenn man ganz kleine Summen dafür verlangt, sagen wir mal, ihr habt zehn Tops und ihr sagt für jede Top einfach fünf Euro oder so, dann habt ihr mal 50 Euro verdient. Also es lohnt sich manchmal auch, sich die Mühe zu machen, es abzufotografieren und irgendwo reinzustellen. Würde ich euch empfehlen, wenigstens zu probieren, ungeliebte Sachen wieder weiter zu verkaufen. Ihr solltet auch ansehen, ob Anbieter, die ihr benutzt, bestimmte Recyclingprogramme benutzen. Also bei Apple haben sie ja dieses Recyclingprogramm, was ich super finde. Ich habe mir dieses Jahr ein neues iPad geholt, das mit dem Apple Pencil kompatibel ist und habe dafür mein altes iPad eingetauscht und konnte dann quasi 100 Euro vom Preis runterbekommen, einfach nur, weil ich mein altes iPad eingetauscht habe. Also manchmal lohnen sich so Programme auch. Ich bin mir sicher, ich hätte ein bisschen mehr Geld bekommen, hätte ich mein altes iPad so am freien Markt verkauft. Aber es war so unkompliziert, es einfach da abzugeben und ich weiß, okay, sie recyceln es, sie benutzen das Neue, sie machen das auf jeden Fall alles richtig. Deswegen, solche Sachen lohnen sich auch. Überlegt euch, was ihr recyceln könnt und was ihr verkaufen könnt. Das war es heute mit meinen 10 Tipps zum Sparen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Schreibt auf jeden Fall gerne in die Kommentare, was ihr so für Tipps habt für andere, um ein bisschen Geld einzusparen und was man alles so machen kann. Vielleicht habt ihr auch einfach coole Ideen, was man alles so für umme machen kann. Ich würde auf jeden Fall immer ganz gerne von euch schreibt es in den Kommentaren. Wenn das Video hilfreich war, dann liked gerne. Und wenn ihr euch für die Themen Studium, Organisieren und so weiter generell interessiert, dann subscribt doch einfach, dann verpasst ihr keine einzigen meiner Videos mehr. Dann sehen wir uns bald. Und dann sehen wir uns bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.